Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist ein kleines Problem bei mir passiert, gestern, beziehungsweise auch schon vorgestern. Ich musste meinen PC resetten, weil irgendwie nichts mehr funktioniert hat. Also es ging halt nichts mehr irgendwie. Und das Problem war aber, dadurch wurde alles auf allen Festplatten gelöscht. Schade drum, das Problem ist jetzt, eine Folge Rafft ist weg. Die, die eigentlich heute kommen sollte, die ist natürlich jetzt weg. Was natürlich scheiße ist, weil wir waren da voll im Bosskampf. Wir haben ja den Bosskampf angefangen bei Red. Dann kam das Ganze zu mir. Dann haben wir den Bosskampf mehr oder weniger fast fertig geschafft. Und glaube ich dann bei Red haben wir den Boss noch fertig gemacht. Und dann geht es weiter. Das seht ihr aber erst morgen. Weil, wie gesagt, morgen geht es dann nochmal weiter mit Rafft. Das ist ganz klar. Aber es ist halt scheiße, weil jetzt kommt kein Video bei mir. Und der Bosskampf ist halt weg. Aber wie gesagt, es war zum Glück nur der Bosskampf. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht irgendwie ein Video einblenden kann. Vielleicht wie der Bosskampf eigentlich aussehen sollte. Sonst schaut euch den Rest bei Red auf jeden Fall an. Die letzte Folge und auch die nächste, die morgen kommt. Auch, könnt ihr ja natürlich auch einfach auf YouTube gucken. Ja, lol, wie sah denn dieser Bosskampf aus? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ist natürlich schade, aber ich fand es jetzt sowieso nicht so spannend. Wir haben es lange nicht gecheckt, was man genau machen muss. Und dann, plötzlich ging es dann relativ schnell. Genau, also wie gesagt. Morgen geht es nochmal weiter mit Rafft bei Red. Und dann auch hoffentlich bei mir. Und das Licht ist geradeaus. Passt aber perfekt. Leute, das hat er in diesem kleinen Infovideo. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch einigermaßen mit dem Greenscreen. Ich weiß es gerade nicht. Dazu kommt übrigens auch gleich ein Video. Also vielleicht gleich nicht zu diesem selben Zeitpunkt. Aber bald kommt auch ein Video zum Thema Greenscreen auf dem JJ Kanal. Deswegen schaut euch auf jeden Fall auch vorbei. Abonnieren nicht vergessen. Liked das Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.